Das passiert, kurz bevor sich dein Leben im Oktober 2023 verändert, laut deinem Sternzeichen. In deinem Leben geschehen Veränderungen, selbst wenn du nicht aktiv danach suchst. Manchmal treten sie überraschend auf, wenn du sie am wenigsten erwartest. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du dich in vielen Aspekten verändert hast, ohne es bewusst wahrzunehmen. Du bist gewachsen, hast dich weiterentwickelt und eine neue Version von dir selbst erreicht. Während dein innerster Kern vermutlich unverändert bleibt, haben äußere Einflüsse und Lebensumstände dich geprägt. Dennoch gibt es Augenblicke, in denen Veränderungen auf uns zukommen, scheinbar aus dem Nichts. Solche tiefgreifenden Veränderungen können unser Leben auf den Kopf stellen und uns aus dem Gleichgewicht bringen. Sie sind oft unvorhersehbar und erfordern von uns, flexibel und anpassungsfähig zu sein. In diesen Momenten ist es wichtig, auf deine innere Stärke und Resilienz zu vertrauen, um die Herausforderungen anzunehmen und gestärkt daraus hervorzugehen. Veränderungen können uns lehren, uns selbst und die Welt um uns herum auf eine neue Art und Weise zu sehen und zu verstehen. Das passiert, kurz bevor sich dein Leben im Oktober verändert, laut deinem Sternzeichen. Fische In diesem Monat könntest du dich zu jemandem hingezogen fühlen. Und das ist völlig normal. Wichtig ist, dass du während dieser Zeit authentisch bleibst und ehrlich zu dir selbst bleibst. Selbst wenn du in Gesprächen herausgefordert wirst, die deine persönlichen Grenzen berühren. Du hast das Recht, sowohl Ja als auch Nein zu sagen. Solange du auf dein Bauchgefühl hörst, werden sich die Dinge zum Positiven wenden. Jungfrau Der Monat beginnt mit einigen herausfordernden Situationen, die dich nicht unberührt lassen werden. Was dich am meisten belastet, solltest du auf Abstand halten, sodass du die Kontrolle über deine Gefühle bewahren kannst. Im Bemühen, ständig verstanden zu werden, könntest du in alte Liebesgeschichten zurückfallen, die dir nie wirklich die ersehnte Klarheit gebracht haben. Stattdessen solltest du offen für positive Veränderungen sein, auch wenn sie auf den ersten Blick irrational erscheinen mögen. Krebs Diesen Monat wird dein Herz vor Freude einen großen Sprung machen. Alles erscheint in einem positiven Licht. Öffne dich für die Möglichkeit schöner neuer Erfolge und angenehmer Überraschungen im Leben, die Glück bringen werden. Selbst an emotionalen Tagen solltest du das Leben in vollen Zügen genießen, ohne dich zu verstecken. Lass deine Gefühle frei fließen, teile sie mit der Welt, ohne dich um die Meinung anderer zu kümmern. Löwe Du hast einen klaren Plan, dem du folgen möchtest, aber du weißt bereits, dass es schwierig ist, das zu tun, wenn es Menschen gibt, die ständig an dir zweifeln. In Wahrheit solltest du stolz auf dich sein und die Chance nutzen, deine Fähigkeiten in vollem Umfang zu entfalten. Du trägst keine Verantwortung für ihre Wünsche, Hoffnungen oder Träume. Stattdessen konzentriere dich auf dich selbst und du wirst feststellen, dass deine Ziele in greifbare Nähe rücken. Schütze Dieser Monat bietet dir die Gelegenheit, nach Hause zurückzukehren oder die Gefühle von Geborgenheit und Heimat zu finden, nach denen du schon lange gesucht hast. Du wirst erstaunt sein, wie sich deine Beziehungen zu anderen Menschen vertiefen und welche starke Bindung du zu deinen Liebsten hast. Sei für sie genauso präsent, wie sie es für dich sind. Nutze diese Zeit, um deinen Horizont zu erweitern. Skorpion In diesem Monat magst du nicht genau wissen, was repariert werden muss, aber es ist offensichtlich, dass etwas nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. Die Verwirrung kann zunehmen, wenn du deinen Instinkten nicht ohne Abstriche folgst und dich zu sehr von äußeren Meinungen beeinflussen lässt. Wenn du zu viel Zeit mit Gedanken über Dinge verbringst, die außerhalb deiner Kontrolle liegen, kann das deine Kraft zehren. Steinbock Steinbock Wassermann Wassermann Swillinge In diesem Monat wird es eine große Herausforderung sein, dich vor anhaltendem Stress zu schützen, doch gleichzeitig fürchtest du, das lang ersehnte Gleichgewicht zu gefährden. Es ist wichtig zu erkennen, dass Veränderungen, so sehr du das Gleichgewicht auch schätzt, manchmal notwendig sind. Dieser Monat wird zweifellos keine leichte Zeit für dich sein, aber am Ende wirst du feststellen, dass er dich erheblich stärker macht und wertvolle Erfahrungen mit sich bringt. Musik Musik Musik